dem muss ich auf den grund gehen er steht fest kommode gut da sieht cool aus das notiz ist das tagebuch war hellinger schätze story mäßige schätze also ich sehe sie in jedem schatten höre ihre stimme in jedem wind auch in meinen träumen in meinen ohren in meinem verstand die bleiche dame wir müssen sie aufhalten wir brauchen nur das schwert zurückzugeben dann können wir sie für immer weg sperren ich halte es nicht mehr aus ich muss es tun ich muss einfach er ist auch verrückt geworden das ist das ist dies das tagebuch der eiser die war mir nicht fändlich gesonnen sie ist das werde ich jetzt nicht lesen aber ich nehme es mit ich lese es dann später auf camera ihr habt ja passieren können bei der seite aber ich bin danach immer so heißer so schauen wir mal ob wir dahin finden nur die gesagt haben in den wald in der höhle sind so was in einer höhle ein wald sein braucht doch licht wie die fotosynthese aufgepasst jetzt wird es technisch wie geht es denn da weiter ist dann hebel die steht am hebel die sitzt am längeren hebel endlich macht das sprechmarkt mal einen sinn das ist ein tauber heini moment ich lute nur dann kommst du dran sowas von gesetzlos ich möchte jetzt auch mal einen blitz verwenden himmel herrschaftszeiten wie geht das punkten da schauen mal das auch kann probieren wir es einmal immer diese feuerbälle ich meine ich liebe diese feuerbälle aber abwechslung muss sein die hat das gar nicht gehört mensch manchmal glaube ich es aber wirklich das gelbe buch der rätsel schade den geldbeutel an der fett starke heilung sehr gut ich habe nämlich in letzter zeit unmengen von zaubertränken verbraucht sorry schwert meint ist mir aber ein gerannt ich kann nichts dafür so zugeben was ist denn das was ich da in der schaue mir das mal an zerstörung nee das ist es nicht als stache ist es auch nicht als sturm feuerblitz ist das was ich habe oder nein funken sind das blödsinn feuerblitz feuerfeuer ich meine funken das habe ich schon mal ausprobieren wollen aber es hat nicht funktioniert so eigentlich zwölf punkte nur pro sekunde das ist ja gar nichts da habe ich 37 und ich kann glaube ich mehr als zwei schüsse abgeben ein paar sekunden oder du liegst am hebel mensch gewäck was den hebel was hatten die da vulkan glaspfeile lass schauen im ernst die habe ich ganz übersehen gut dass ich deinen köcher gesehen habe ups das war jetzt nicht so gemeint du weißt was ich meine versteht auch noch eine ja das ist schon jetzt funktioniert es hat vorhin wirklich ich schwörs ja wenn sich er gibt mensch sei doch nicht so weißt du das darauf bolt der sauber darf dann schön machen fertig bin jetzt nicht in stimmung für ein langes rum die zauberer da musst du ihn ganz so stark unter strom setzen mensch das muss ich wieder heilen wegen dir muss ich mir zeilen das habe ich denn habe ich nicht auf der schnell dingsbums in ketten blitz auf der favoriten leiste scheibenkleiste ich glaube da geht es runter in den wald ja es heißt ja im wald das sind die räuber hallihallo die räuber oder so ähnlich was ist denn das da felsen felsbrocken schau mal ist dies die zu sagen was hat die kann auf und ich muss schon wieder heilen gott das sei es wenn ich mich heilen muss und dann habe ich moment ich gebe mir das jetzt auf die ja das weiß ich schon ist das jetzt drauf oder nicht unten ich sehe es nicht weil das dings da davor ist so jetzt ich brauche geld geld ja mit eurem gold die haben nix weil die suchen selber noch schätzen wo ist euer chef da unten da ist ja nix da da unten so schade dann in die richtung au au weh au weh wer ist sie ja wo nicht mehr das ist ein seifer ganz schön enterisch hier eine leere truhe das ist die truhe die von der in dem brief die rede war lass mich durch die graben noch vielleicht sollte ich warten bis sie fertig gegraben haben und ihnen dann den schatz abnehmen das wäre gemein lautloser killer die graben ganz schön fleißig muss man ihn lassen die hätten sich eigentlich die beute verdient bei so viel arbeit so viel graben tut ja nicht mal ein ehrlicher mann hat ja gar keine banditen mehr das in der berger weiter einfach nur rein in die tiefen hey der jammert wer wer ist es denn kür kür sie ist doch der banditenanführer ich sprich die katze hat mich überfallen selber schuld er will sich sein schmerz lässt du dich dann ein mit solchen pack oh da hat es ihn ereilt scheiße gold hat er keinst dabei hmm ehrlichter da ist er ja schau er rennt zum altar oh eine ehrlichtmutter ist das glaube ich die hat kurz einen prozess mit ihm gemacht fuck 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 ehrlicht halten nichts aus oh scheiße sorry schwert meid ich darf diesen scheiß nicht anwenden die bleiche fürstin ja sieht wirklich recht bleich aus naja hier in der höhle ist kein licht oh der hat sich verdreifacht au da brauche ich Zaubertränke und zwar zuhauf zuerst mal Gesundheit nee ich hab fast keine Getränke mehr fällt mir auf das ist bedenklich oh wenn ich sie treffe verstehe ich auch ihre ihre Geschöpfe oh naja da hätte ich gar nicht so viel Magiker einwerfen müssen bin ich eigentlich richtig angezogen muss ich mal schauen Erzmagierrobe Morokai habe ich auf Amias Ring habe ich am Finger den Ottmar brauche ich nicht was ist der eigentlich Feuer, Frost und Blitz das war eh nicht so schlecht aber er wiegt leider 9 zum dauerhaft mittragen ist er nicht so geeignet die Schießkunst naja gibt es vielleicht schon was besseres trage er dann gewissermaßen doch Rüstung weil die die bleiche Klinge aha Ziele erleiden 25 Punkte Frostschaden ja den nehme ich natürlich mit ups jetzt habe ich alles genommen nicht Rentvieh wollte ich eigentlich nicht abgeschworen ein Pfeil den gebe ich hier wieder Nordpfeil Schottpfeil nicht das ist der Stab der Wiederbelebung der ist auch eh noch voll der Depp hat gemeint er ist schon leer nur mein Holzstab da hat er wirklich keine Ahnung Pilzrüstung Pilzstiefel das ist der Schrott ich bräuchte noch einen Eisgeistzahn schade dass das hier Irrlichter waren und keine Eisgeister aha der Schwertständer scheiße da muss ich muss ich die bleiche Klinge gleich wieder abgeben oder wie und wie wird mir tut sich was schau es brutzelt etwas äh nicht wirklich da fehlt doch noch was oder kann das sein bin mir jetzt nicht sicher die Klinge ist da da geht nichts auf oder so vielleicht mache ich was falsch da müsste doch irgendwas aufgehen oder das gibt es ja gar nicht siehst du da brutzelt aber das war es schon vielleicht muss ich sie aufladen schauen wir mal vielleicht ist sie nicht geladen die bleiche Klinge doch die ist voll geladen scheiß mich an voll geladen ja dann weiß ich es auch nicht ja ich hatte schon öfter solche Denkfehler ich weiß nicht ja ich gebe es mal da rein und schaue halt weiter vielleicht tut sich da drinnen was wo ist der Schrei da ist zumindest ein Schrei sehr gut Statue Eisform so ist denn hier alles so schwarz Mensch siehst du das alles schwarz ähm falsch ich stehe auf der Leitung was wollte ich eigentlich echt so die Schrei Eisform Statue das ist nicht schlecht aktiviere ich doch gleich mal ok haben wir das auch oh hier sinkt sogar ein Vogel drin hörst du das da ist die Truhe die Obligate da haben wir eben erst Schild habe ich hier schon eins geben gegeben die himmlische Elfenstreitachs wow was kriegst du meine Holde ne ich glaube die hat kein Schild steckt denn da ein Vulkan Glas zwei Händer hm so dann nehmen wir den Schild auch noch mit ich glaube ich habe hier schon mal ein Schild gegeben ich habe geschworen eure Last zu tragen egal die himmlische Axt die ist eigentlich eh schlechter eine doofe Axt schauen ob sie schon ein Schild hat ja sie hätte eh das Schild von Öskramor aber das nimmt sie nicht schau das Ebenertschild hat sie auch gleich angelegt komisch ein Öskramor vielleicht ist ja auf den nicht gut zu sprechen kann auch sein da oben drängt auch ein wenig Licht rein wo geht es denn da eigentlich hin in die Frosthauchkrypter ist da noch mehr das ist die Frage wie tief können wir rein Frosthauch tiefen ach so da geht es wieder raus oder wie oh da ist eine Falle da geht es glaube ich nur wieder raus das ist alles ja ich weiß nicht warum ich den bleichen schwerdingsbombs da reinstecken musste es hat nichts gemacht hätte ich lieber verkaufen sollen den Dreck das war doof da hängt noch der Bandit wie ein Räucherlachs auf nach Himmelsrand ja ich bin mir irgendwie nicht sicher ob ich da alles richtig gemacht habe oder ob ich nicht was vergessen habe ich weiß es auch nicht für jetzt wird das ist das das